Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute wieder ein Getränk machen. Wir haben ja jetzt alle keine Lust mehr auf irgendwelche heißen Weine, auf Lele Hot und all solche Sachen. Ich habe mir einfach mal was neues gesucht und zwar machen wir heute Hot Moscow Mule machen wir heute und zwar brauchen wir dafür ein bisschen Wodka Hübsches Gefäß, wo man was reintun kann. So klassisch für die Mules. Ein Gingerbier, was wir gleich heiß machen, ein bisschen Orange, Bio-Orange. So einen komischen Apfel mit so komischen roten Körnern drin. Naja, lass uns starten. Einmal kurz das neue Jingle für Getränke kommt jetzt und dann geht's sofort los. Sag mal Schatz, hast du irgendwo mein Kellnermesser gesehen? Wo ist das denn? Normalerweise in der weißen Schrank. Da ist es aber nicht. Ach, vergiss, ich habe es in der Tasche. Hier ist es schon. Also wir brauchen als allererstes ein Ingwer Bier. Das machen wir uns jetzt mal auf. Und das müssen wir in einem Topf oder an einem anderen Gefäß uns erwärmen. Ich tue das hier mal hinein. So, ich mache mein Herd jetzt an und lasse den einfach aber nur auf vier von neun Stufen laufen. Wir wollen das nur erwärmen, heiß machen, nicht kochen. Mein Wasser, was hier aus dem Wasserhahn rauskommt, ist verhältnismäßig heiß. Ich spüle damit jetzt einmal kurz mein Becher aus. Nimm mir mein Wodka und fülle in meinen Jigger vier Milliliter Wodka. Tue die hier in meinen Becher hinein. Meine Apelsine habe ich gerade eben mal eine Runde abgewaschen. Die schneide ich mir jetzt hier kurz auf. Ich brauche mal so zwei orangen Räder. Die halbiere ich mir auch. Mein Ingwerbier, wie man sieht, kann man das sehen, Schatz, dass das so ein bisschen am Dampfen ist hier. Wunderbar, das ist jetzt heiß. Das tun wir uns jetzt mit in meinem Becher zu dem Wodka. Wie immer gibt es natürlich unten eine Einkaufsliste und eine Beschreibung, wie man diesen Cocktail macht. Dann tun wir dort die Orangenräder mit hinein. Bio-Orange, klar. Immer am Start mit Bio-Orange. Ich habe meinen Granatapfel jetzt hier gerade mal so ein bisschen aufgeschnitten. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Granatapfel mit rein. Finde ich sehr lecker. Ich habe aber auch schon andere Rezepte gesehen, wo die das dann mit Cranberries machen. Ich finde das mit Granatapfel aber ganz geil. So, hier schön Schweinkram gerade. Das sieht doch aber klasse aus. Dann habe ich hier noch ein, zwei Großmarinen. Den zerteile ich mir aber. Das Messer ist doch gar nicht so stumpf. So, nicht wieder heute so schwach. Den tun wir hier auch noch oben drauf und hier mit hinein. Ready, that's it. Mein Hot Moscow Mule. Ready ist er. Ich mache gleich noch einen zweiten für meine Frau und das war es für heute schon. Das war schon unser super schnelles Video zur Hot Moscow Mule. Hier ist sie noch mal zu sehen. Boah, schön heiß. Wir werden die gleich gemütlich genießen. Das Rezept findet ihr unten in der Description Box. Solltet ihr unser Video mögen, gebt uns den Daumen, schreibt uns gerne Kommentare. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Video. Euer Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao. Euer Frank vom Foodbloghamburg.de. Euer Frank vom Foodbloghamburg.de. Euer Frank vom Foodbloghamburg.de. Euer Frank vom Foodbloghamburg.de.